Hallo liebe Leute und herzlich Willkommen zurück zu der Legend of Zelda Breath of the Wai-ai-ai, die Prüfung des Schwabe-we-we-w-w-wertes. Ich bin jetzt mal gespannt, wo es hingeht. Mal gucken, wo wir jetzt hinkommen. Oh, bin ich gespannt. In der letzten Folge haben wir einen Ivarok besiegt nach, was waren das? Sechs Ebenen. Genau, Ebene sechs war ein Ivarok. Und jetzt sind wir auf Ebene 8. So, also, nein, kein Feuerpfeil. Normaler Pfeil. Boom. Oh, oh. Boom. Jetzt aber. Aha. Komm, Rett, geh mal hoch. Die haben mich noch nicht entdeckt. Die wundern sich nur, warum da etwas in die Luft geflogen ist. So. Stillhalten. Oh, 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 oh. Lass das, lass das, lass das. Ja. So, jetzt muss ich irgendwas tun hier. Bestens so. 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 Ich muss irgendwas auch ausrichten können gegen die. Ja, jetzt hier. Komm, nimm mit. Zack. Nein. Nein, 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 nein. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. So, Röstbar steht direkt rein. So, hier. Ihr wollt Stress. So. Ich kann die Waffen gar nicht aufnehmen. Mist, Mist, Mist. Ha, 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 ha. So, du bist gleich hinüber. Wenn ich ihn dann treffen würde. Zack. Das hat noch nicht ganz gereicht. Das hat noch nicht ganz gereicht. Und ausweichen. Oh. Oh, ich habe gerade keinen Bogen hervor. Zur Hand. Ja, jetzt aber. Hier. Kippe den. Yeah. Oh. Das ist meine Waffe. Ich kann ihn immer noch nicht nehmen. Oh. Echter Ninja wirft nie seine Waffe weg. Oh. Weißt du was? Ich bin auch ein echter Ninja. Huch. So. Löschen der Teil. So, sonst gibt es hier gleich einen Waldbrand. Oh. Was war denn das jetzt ekelhaftes? Was haben wir hier noch? Eine Bocklanze. Hey, guck mal. Fang. So. Dann machen wir hier mal kaputt. Und hoffen, dass da was Gutes drin ist. Pfeile, Pfeile. Noch mehr Pfeile, Pfeile. Oh. Hier. Die Eichel. Die habe ich noch gesehen. Ha, 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 ha. So. Zack. Voll ins Gesicht dem Wicht. Oh, da ist eine Truhe. Muss ich gleich haben. Komm mal her. Komm, komm mal her. Hier bin ich. Zack. Zack. So. Ich muss doch mal eben zu dem hin. Nein. Zack. Kommst du hoch? Oder muss ich runterkommen? Guck. Hier bin ich. Zack. Und. Zack. Zack. So. Ich nehme eben schnell deinen Bogen, ja? Wenn es recht ist. Aber ich glaube, er hat nichts dagegen. Ich glaube, er hat wirklich nichts dagegen. So. Das scheinen aber noch nicht alle gewesen zu sein. Warum waren das noch nicht alle? Wo hat es denn da noch Gegner? Ah, da hinten kommt wahrscheinlich gleich noch was aus dem Boden. Ähm. Aber erst mal hier. Darf ich die mal eben kurz hier für mich beanspruchen? Dankeschön. Komm mal her. So. Mach schön Sitz. So. Holzpall mal 10. Ja. Ohohohohoho. So. Sonst kann ich nichts mehr mitnehmen. Ich glaube, da sind wer gespawnt. Müssten die Gegner eigentlich noch hier sein? Hallo? Ah. Haha. Ich seh dich, du Kleiner. Aber ich... Zack. Ähm... Hier. Zack. Ich nehm mal den eben schnell mit, ha? Yeah. Ding, ding, ding. Zur Hölle, ja. Ich guck mal eben schnell, ob hier vielleicht sonst noch irgendwas ist. Zum Beispiel da. Komm mal hier hoch. So. Äh, halt. Ich brauch ne Bombe. Hm. Da war, glaub ich, nix drin. Die hätte ich bestimmt für die Gegner nutzen können. Aber bis ich äumel das check, ist das Level meistens schon gelaufen. Puh. Sechseinhalb Minuten hab ich jetzt für dieses Dingens hier gebraucht. Hm. Sechseinhalb, sechs, zwölf, acht, zehn, 25, 30. Reicht mir nicht ganz für fünf Ebenen, wenn die alle so... Hä? Lass das, du Knüch. Komm. Muss mich dann schon treffen. Dong. Dong. So. Sehr schön. Den haben wir schon mal. Da hinten ist noch so einer. Ich versuch mal den Magus irgendwie runter zu kriegen. Oh. Der ging total daneben. Schwimm. Schwimm. So. Jetzt ist er abgelenkt. Toll. Komm. Dong. 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 Oh, oh. Ich baue ein Schild. Ich baue ein Schild. Ich baue ein Schild. Ich baue ein Schild. Hier. Komm. Dong. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da oben. Lass das. Halt still. Halt still jetzt. Wo ist er hin? Er lässt regnen. Toll. Er ist ganz schlauer. Er lässt sogar Blitz und Donner regnen. Toll. Bitte sag mir, dass meine Waffen nicht stromanziehen sind. Doch, das was ich jetzt ausgerüstet habe, ist es. Aber ich rüste mal den. Nein, ich rüste mal den hier aus. So. Habe ich ihn noch erwischt? Zack. Komm mal her. Wo ist denn du hin? Zack. Das war ein Volltreffer. Zack. Ich brauche einen neuen Bogen. Der alte ist hin. Kommst du wieder zu mir? Nein. Zack. Zack. Wo ist denn hin? Zack. So, jetzt wäre er nahe genug. Komm. Hau ihn. Hau ihn, Link. Pröbel die Elektrizität aus ihm raus. Nein, nicht wieder. Nicht wieder raus aufs Meer. Also aufs Meer. Aufs Wasser. Nein. Ich verschwende hier meine Pfeile. Verdammt. So, jetzt hier. Verdammt. Bleib hier. Oh, nein, 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 nein. Es läuft gerade alles schief, was schief laufen kann. Zack. Drin. Ab, er ist hoch. So, zack. Den noch. Ich brauche mal... Ah, lalalalalala. Brauche ich meine Waffe. Jetzt lässt du das vielleicht sein, du. Wo ist er? Wo ist er? Jetzt Himmel herkommt nochmal. So, jetzt will er es wissen, ha? Zack. Scheiß auf die Pfeile. Überleben ist wichtiger. Oh, Gott sei Dank. Hier, komm, kannst du haben. Schenke ich dir. Oh, verdammt. Vielleicht sollte ich ihm aber nicht meine beste Waffe entgegenschleudern. Hier. Kannst du haben. Hier. Zack. Oh, ich habe einen Elektrostab. Na, Gott sei Dank. Aber schon beinahe wieder nichts mehr zu futtern. So, Pilzspieß hauen wir uns rein. Dann sind überall meine Pfeile noch. Nimm den mal. Zum Glück habe ich dieses Abwehrmittel gehabt. Ich werde es dann wahrscheinlich gleich vermissen, weil ich es bei einem anderen Gegner besser brauchen kann. Aber, naja. Zumindest etwas. Oh, da hinten ist auch noch ein Pfeil von mir. Zwei sogar. So, hier lang. Drei sogar. Vier sogar. Oh. Halt. Nein, 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 nein. Dann können wir uns erst nachher holen. Wir holen erst mal die Kiste. Und hoffen dann, dass der Pfeil nachher... Das Nieslein juckt. Dass der Pfeil nachher einfach noch da ist. Was? Nein, ich konnte doch hier vorhin stehen. Ach, dann holen wir uns die Kiste halt eben schnell hoch. Geht gar nicht. Aha, so. Würdest du... Bitte... So. Geht doch. Au, 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 au. Ah. Das war nicht nett. So, noch ein paar Holzpfeile. Ist mein Pfeil noch da? Ne, mein Pfeil ist wahrscheinlich jetzt weg, ha? Gut, egal. Ich dachte, ich hätte gerade ein merkwürdiges Geräusch gehört. Weiter geht's. Ich werde mal eben dazwischen einen Schluck trinken. Einen Moment, bitte. Kaffee ist heiß. Oh, nee, oder? Oh, nee, oder? Das ist total nett. So. Hier, willst du? Kannst du haben. Ja, komm, dann kriegst du noch der noch eine übergebraten. Dann hier. Schwert, 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 Schwert. Oh. Hehe. Der hat seine Waffen verloren. Toll. Ohne Waffen sind sie noch gefährlicher. Spickchenklasche. Oh, ich kann nichts. Oh, oh, oh. Da ist ein Bogenschütze. Komm ich an den Pfeil ran? Ich werde es hier nicht. Au. Oh mein Gott. Au. Oh mein Gott. Fehlenwasser, Fehlenwasser. Rein damit. Und die Eichel hauen wir uns auch gleich rein. So, jetzt muss ich da irgendwas tun. Weil der nervt mich. Unheimlich. Nein. Das lässt du mal. Au. Das lässt du mal eben schön bleiben hier. Verdammter Bogenschütze. So, den haben wir schon mal. Hör. Nein. Haha. Ich muss mal eben schnell auf die Bombe. Umswitchen. Kommt nämlich hier wieder hoch. So, komm, komm. Zack. Ja, wirf du ruhig mit Fässern an mir. Kannst du nicht nicken. Halt, 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 halt. Ich mach dich, ich mach dich nach Möglichkeit gleich kalt, aber jetzt musst du mal kurz warten. Hier, zack. Zack. Nein. Ich habe gesagt, ohne Waffen sind die viel schlimmer. Das war ja aber auch total unverjetzt hier, dass ich hier direkt vor den gespawnt bin. Und dumm von mir, dass ich den ersten direkt mit dem Pfeil abschießen musste. Ich habe mich erstmal ein bisschen umsehen müssen und gucken müssen, ob ich irgendwas finde. Aber ich habe nichts gefunden. Ich habe nur den gesehen. Muss ich jetzt wieder von vorne anfangen oder kann ich da hier in der, in der Dingens. Ich muss wieder von vorne anfangen. Toll. Überspringen, das kennen wir alles schon. Oh, Leute, das tut mir so leid. Das tut mir so leid. Aber das wird, das wird sehr anstrengend hier jetzt. Durch all die, all die, oh, nicht all die Lidl-Dinger durch. Ja, ich bin wieder ganz am Anfang. Toll. Das freut mich sehr. Das freut mich sehr. Komm mal her, kleinen Kackbratzen. Jetzt gibt es ein paar aufs Maul. Darf ich mal eben kurz? Danke. Na. Lässt du das wohl? Ja. Oh, das war knapp. Zack. So. Au. Darf ich mal eben? Zack. So, ich brauche eine neue Waffe. Oh, ja, natürlich. Natürlich. So, zack. Und tschüss. Komm. Nachschlag gefällig. Danke. Ding, ding, ding. Ich muss versuchen, so wenig Leben wie möglich zu verlieren. Das sollte ich mir eigentlich allgemein mal ein bisschen aneignen. Oh, da oben. Ein Hühnernest im Baum. So, noch zwei Eier mitgenommen. Toll. Das Wild. So, dann Bombe. Jawohl. Da drüben ist auch noch was gelandet. So, war da auch noch was? Nein, da war nix. Ich werde hier wahrscheinlich noch relativ häufig von vorne anfangen müssen. Und zwar wirklich relativ häufig. Ich überlege mir gerade, ob ich das Ding einfach zusammenschneide. Aber nein, sowas tut man nicht. Ein richtiger Zocker zieht das am Stück durch. Und freut sich dann wie ein kleines Kind, wenn es die Windel gefüllt hat. Beziehung, da war nix. Nein? Hose gekackt? Nein. So, hoch. So. Komm, überfallen wir den. Dong. Kannst du vergessen jetzt. So. Das waren zwei von vier. Mehr oder weniger unauffällig. Ich schleiche mich an. Und mach dich gleich kalt. Von hinten. Oh, der hat sich umgedreht. Der kleine Miesepern hat sich umgedreht. So, komm mal her. Nein, mein Schild. Bockschild ist zerbrochen. Toll. Ja, schieß ein paar Pfeiler bitte. Danke. Komm. Mach das nochmal. Hier bin ich. Oh, dankeschön. Direkt vor die Füße, du Bäder. Komm. Komm. Noch mehr. Komm. Das ist nicht dein Kackernst. Das ist nicht dein Kackernst. Würdest du das bitte unterlassen? Komm. Und der Pfeil hin. Das gibt es doch nicht. Hör auf damit. Alter. Echt jetzt? Komm. Hier bin ich. Komm. Hör. Der Pfeil ist weg. Moment. Ich nehme mal eben ein Schild. Mal gucken. Wenn er ein Schild trifft. Bleibt er stecken? Ja. Tatsache. Komm. Hier. Danke. Nochmal. Bitte. Danke. Nochmal bitte. Danke. Komm. Nochmal. Das können wir jetzt ganz stark tun. Der ging voll daneben. Kannst du auch zielen? Dankeschön. Nochmal. Danke. Komm. Nächster Pfeil. Das ist geil. Trick. 75. Zack. Nächster Pfeil bitte. Wie viele Pfeile habe ich denn jetzt? Werden wir gleich mal gucken. Du musst schon treffen. Das weißt du. Zehn Pfeile haben wir schon so. Ich glaube, mein Schild geht langsam kaputt. So. Jetzt gehen wir hin. Joho. Zack. Ding, ding, ding. Oh, Leute. Der sich da immer wieder von vorne anfangen muss. Das ist so schrecklich. Öde. Langweilig. Doch. Alter. Ernsthaft jetzt. Werf. auf die Fässer. So. Gehen wir mal schnell hoch. Dann. Das bringt uns leider nichts. Aha. Moment. Ich habe 21 Pfeile. So. Okay. Nicht auf mich. So. Oh, da kommt alles geflogen. Alles kommt geflogen. Nur leider landet nichts oben. Irgendwann sind noch Pfeile gelandet. So, ein... Hier, ein Holzbündel voller Pfeile. So, war's das jetzt? Ich glaube, ja. Kaffee. Ich liebe Kaffee. So, das hier war leicht. Aber da verschwende ich nicht die starke Waffe, sondern nämlich die Bocklanze. Weil ich Bock hab. Sack. Komm her. Sack. Ist der nächste? Oh! Sack. Sack. Wo ist next? Sack. Oh, halt. Ich muss hier noch schnell. Wo war'n das? Wo war'n das? Wo war'n das? War das nicht hier? Nee, da. Und demnach hier. Jawohl. Nein, nicht meine Kiste. Nicht meine... Okay. Okay, kein Ding. Die Pfeilepfeile haben sie überstanden. Komm mal her. Zack. Zack. Zielen. Feuer. Boomerang. So. Who's next? Who let the schleim aus? Who? 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 Who let the schleim aus? Huh. 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 Ha. So. Ach. Muss so weit weg sein. Hier, guck. Wat schönes. Wat spannendes. Und wat zum spielen. Blaue mystische Hyrule Bomben. Was schönes, was spannendes und was zum Spielen. Zumindest für die Gegner. Ha, ha, ha. So. Es tut mir leid, ich werde die Cutscenes ab und zu ein bisschen überspringen. Aber da verpasst du ja nicht viel. Weil da passiert nicht wirklich viel. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt hier mal direkt hoch. Du hast mich nicht gesehen. Ich bin nicht da. Der hat mich gesehen. Toll. Alle haben sie mich gesehen. Keiner schießt einen Pfeil. Keiner schießt mit Pfeilen auf mich. Danke. Na, was passiert hier wohl? Ha. Tschüss. So. Jetzt zu euch. Yes. Boom. Sonst noch wer? Boom. Gut. Flog ein bisschen am Ziel vorbei, ha. Da rennt er weg. Da unten. Komme ich da unten hin? Nein, leider nicht. So, wir holen uns jetzt mal hier schnell die Pfeile. Sind ja schließlich Feuerpfeile. Ah. Oh, ich habe gar keine Waffe. Halt nicht pfeifen. Link, wenn du jetzt pfeifst, gibt es Schläge. Danke. Zack. Ist der sofort tot? Nein, aber er hat einiges an Leben verloren. Guck, guck. Sprach, die brauche. Hier. Okay, der kommt hoch. Tschüss. Ich habe schon beinahe alle erledigt, ha. Da fehlt nimmer viel. So. Einer nicht scheint. Zwei. Ich habe zwei gehört. Nein, lass das. Stachelbaukeule. Yeah. So. Das waren aber noch nicht alle. Das waren noch nicht alle, Mann. Irgendwo hier sollte doch eigentlich noch ein Bogen liegen, oder? Ich glaube, hier hinten. Oder ist der jetzt auch weg? Nee, der hat eine Lanze, genau. Der hat eine Lanze. Der hat eine Lanze. Eine Lanze. So, immer schon gucken. Immer schon gucken. Genug geguckt. Oh. Der hat ja noch einen Bogen. Cool. Diggele, diggele, ding. So. Hier. Schön. Ich habe einen Bündel gesehen. Holzpfeile. Sonst. Ah, da. Guck. Ist hier mal einer. Noch ein Pfeil. So, ich glaube, das war es dann auch schon. Wir gehen weiter. Eine Stufe könnte eigentlich noch drin liegen. Also eine Ebene. Ein Raum. Ein Level. Es sollte noch drin liegen, wenn ich es jetzt nicht total in den Sand setze. Das war das hier. Das ging eigentlich noch. Es wurde ein paar Mal ein bisschen knabbig. Aber ansonsten ging es eigentlich noch. Pfeilbruch. Dann den hier. Eine Schwertbanane. So eines. Noch so eines. Und das war es dann auch schon fürs Erste. So, ähm. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Hier. So, das hat er auf jeden Fall gespürt. Komm. Äh. Kriegst eine weitere. Jetzt kriegst du noch die Bockkeule. So. Nehme ich nämlich die Mobkeule. So. Und dann ist Nummer eins weg. Um die da drin kümmern wir uns. Oh. Tak. Verflucht nochmal. Jetzt aber. So. Zwei sind glaube ich komplett verbrannt. Ne. Einer ist komplett verbrannt. Ich geh mal eben schnell hoch. Guckt. Hier. Für euch. Ich glaube es sind jetzt alle da drin. Zack. Gehen wir mal schnell gucken. Hör auf damit jetzt. Nein. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das tust du nicht. Ich muss das. Meist du davon jetzt essen. Damit ich überhaupt über die Runden komme. So. Aber die Eier spare ich mir. Zack. 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 Brenn in Hölle. Oh, endlich. Nehmen die Keule mit. Nehmen auch die Keule mit. Alter, sonst gibt's Boiler-Keule. Wie jetzt? Wie jetzt? Was war das denn? Hier, für dich. Oh oh. Los, 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 los. Nein! Ich stell mich ja auch an wie eine Zweijährige. Gott sei Dank. Ich muss noch ein paar Eier finden. Ich brauch noch ein paar Eier. Gibt es hier ein paar Eier? Für einen Moment ist mir jetzt so in den Kopf geschossen. Ich glaub, ich hab die Truhen vergessen zu nehmen. Aber das kann doch gar nicht sein. Nein, die hab ich doch genommen. Es gibt hier keine Eier. Tatsache, hier sind keine Eier. Was meint ihr? Gehen wir noch schnell zum Ibarok? Ich glaub, Ibarok ist jetzt die nächste Stufe. Komm, die hauen wir noch schnell rein. 35 Minuten, sag ich mal so, im Schnitt, wenn wir haben. Hoffentlich nicht mehr, nicht allzu viel mehr. So, und jetzt direkt hoch. So, jetzt nimmst du was Durchschlagkräftiges hier. Nein, 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 nein Das mag ich nicht. So. Komm, hoch jetzt. Link. Hoch jetzt. Gib es ihm. Zack. 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 Und ich muss runter. Genau deswegen. So. Mal schnell hier nach hinten. Hoffentlich ist da was drin. Bitte, 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 bitte. Der erste Kiste war schon mal nix. Bitte, 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 bitte. Zweite Kiste war auch nix. Toll. Ah. Ha. Mhm. Okay. Mach das nochmal. Komm, jetzt hoch. Link. Was? Wie putzt es? Willst du den Marsch putzen oder wie? Würdest du jetzt bitte einfach hochklettern? Zack. Zack. Komm, gib ihm. Zack. Zack. Und jetzt runter. Runter, runter, runter. Genau. Nein, 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 nein. So, hoch. Gib ihm. Komm, gib ihm. Nochmal zwei Schläge. Und runter. Oh, jetzt ist er, jetzt ist er dort umgefallen. Ist zwar noch nicht ganz dort, aber schon fast dort. So, jetzt. Komm, hin. Und wieder hoch. Zack, zack, zack. Runter, runter, runter. Oh. Hey. Ich hab ein Geschenk für dich. So, jetzt schnell. Ah, die war zu weit weg. Verdammt, die war zu weit weg. Na, wo bin ich jetzt? Na, 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 na. Oh, 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 oh. Hier kommen wir mit dem Ball noch. Oh. Er ist nur mit dem Gesicht im Dreck gefallen. Komm, geh mal, geh mal, geh mal eben schnell hier hoch. Nein, Link. So. Häpp. Jawoll. Und, häpp. Jawoll. 35 Minuten. Yeah. Ich hasse den Dungeon. Ich hasse diese Prüfung. Ich hasse das jetzt wirklich. Ich hasse das total. Leide. Leide, 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 Leide. Leide, Leide, Leide. So. Hier würde ich sagen, machen wir auch gleich ein Folgenende. Hoch die Hände. Folgenende. Geil. Schicht im Schacht. Auf Ebene 7. Wieder einmal. Das looten wir dann das nächste Mal. Oh, eine Fee. Ich hol mir die Fee noch schnell. Nein, die hol ich mal nächstes Mal. Bis dann. Macht es gut. Tschüss. Und ciao.